Meine Aufgabe sehe ich darin, eine Themenvielfalt zu entwickeln, besondere Themen, Schwerpunkte zu setzen und die auch umzusetzen. Entscheidend ist, dass wir Glaubwürdigkeit erreichen, und zwar von der ersten Minute an. Glaubwürdigkeit heißt beim Kunden, bei den Zeitungen, Glaubwürdigkeit heißt aber auch im Sport, bei den Sportredaktionen, bei den Vereinen und Verbänden, um ein Level zu erreichen, was wir uns alle vornehmen.